Die Kirche der siebenten Tags Adventisten ist sich bewusst, dass der Himmel auf Erden noch nicht Wirklichkeit ist. Katastrophen und menschliches Leid fordern uns Christen besonders heraus. ADRA hilft Menschen in Not, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, politischen oder religiösen Einstellung. Man versteht sich als Anwalt der Armen. In den letzten drei Jahren hat man durch die Einnahmen bei Benefizveranstaltungen sehr viele Jugendliche und Kinder unterstützen können. Wir haben hier in Brug schon öfters ein Benefizkonzert gehabt. Einmal war es für den Indien, für den Brunnenbau, einmal war es für die Ukraine, für ein Kinderhilfswerk, einmal ein Benefizfußballspiel, auch für die Ukraine. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, wir möchten unsere hilfsbedürftigen Kinder und Jugendlichen im Bezirk Brug unterstützen. Eine solche Benefizveranstaltung gab es an diesem Wochenende im Eduard-Schwarzhaus in Brug. Vielen Dank.